Da, Pado Hey Leute, herzlich willkommen heute zurück zu ATERRA6 mit dem Venetix Ich mich nicht, Alter So, okay Hi, Bro Ja, das Problem ist halt bei uns, wir wissen nicht, wo wir, ähm Wie heißt, wo wir hier rauskommen aus dem NETA Wo bist du? Hier gibt's noch richtig viel Quarz, Alter Ich weiß nicht, ob wir noch weiterhin schaden sollten Bock Ja, lass mal zurück Hier ist zwar sehr viel Quarz noch, aber ich mein Ich würd' eigentlich lieber gerne erstmal weg Ja, ich muss übrigens noch meinen Power 4 Bogen machen eigentlich Wieviel XP hast du? Null Beste Problem Aber ich hab jetzt 2 Power 3 Bögen gemütter Keine Sorgen, schreib das jetzt nur, damit er kämpfen kommt Er fahrt 1 für seins So, wo ist das Portal? Hä lol Hier ist ne Festung, komm mal her Ja ich weiß Oh, die wurde eh schon Ja lass mal, lass mal den Weg zurück gehen Ja, die Frage ist halt, wo, wie kommen wir hier zurück? Ja Von wo sind wir gekommen? Ja, weiß ich selber nicht, ist das Problem Wie viel Level brauchst du eigentlich für deinen Power 4 Bogen? Ähm 10 10 Ja Ok, warte, ich mach das, ich mach dir das dann direkt Aber lass, helf ich noch schnell suchen So Ja, wenn wir die Portal-Cords nicht kriegen, dann ist es scheiße Aber ich hab gehört, das müsste irgendwie 0-0 sein oder so Ja, da hinten sind Da hinten müsste es, glaub ich, sein Komm mit, wo bist du? Komm mal hier Äh Ja Bist du sicher? Ja, da hinten sind auch Blöcke alles Oder sind Ja, ok, dann lass da hin Das sind Blazes Ja, lass da hin Ich hab 10 Level In jeden Fall müssen wir langsam ran machen Dr. Blaze 4 Naja, wir machen leider keine 101 Weil das Risiko ist echt zu groß, dass einer von uns stirbt Diamanten 1 zu ob Lol, hier ist kein Hier ist noch keiner gewesen Oh, da hat Sattels kaputt gegangen Lass weiter looten hier Lass mal looten Erste Kiste Gold noch mehr Wohl, das brauchen wir ja nicht Ach Eisen Wenn wir jetzt fighten wollen, wäre das eigentlich Keine Ahnung, geil Oh fuck, was mach ich da? Hier ist ein Neta Warzen Warzen Geil Brauchst du die ab? Komm mal weiter nach Küsten Ähm Was denn? Alter Was ist? Ja, wenn du wüsstest Was ist denn los? Die ist ein Drecks oder Skeletten Ich weiß nicht wie stark die sind Habe es Ja, zwei Dias war in der Festung halt drinnen Ja Hier ist nochmal eine Kiste Neta Warzen Nochmal eine Kiste Nochmal Dias Vier Stück Alter, wenn wir einen Dias noch finden, können wir dir einen Helm machen Ja Doof Das Problem ist, wir kommen jetzt hier weg, ne? Mhm Ja, wir müssen den Weg zurück gehen Auf jeden Fall jetzt schon mal Neta war es eigentlich nicht schlecht Aber wir brauchen dann noch Lohn Stangen Ähm Kannst du never Reingehen Und kurz sagen Ich hoffe, er macht das Ja komm, lass uns ein bisschen schnell machen Also ich habe gehört, 0-0 müsste es irgendwo sein Oh, fuck Alter, der ist auch im Neta, ne? Lara, lava Ey, der Lara Lol Ja, ich habe noch mehr Dias gefunden Sieben Stück habe ich jetzt Lol, wie OP ist das denn? Pass auf Ist ein Tierhaus Da vorne sind die Blöcke, ne? Ja, lass dahin gehen Ja, die meinte ich ja Okay, gelohnt hat es sich hier hinzugehen Ja Oh, die Blazes kommen, fuck Ey, pass auf, da kommt ein Skelett zu uns Oder? Zum Glück hat es das nicht gesehen Ey, wollen wir die Wollen wir die Blazes eigentlich nicht töten? Mir egal Warte Nur eine Lohnstange gebrochen, glaube ich Fuck, ich brenne, alter Nicht schlimm, es hört gleich wieder auf Ich will kurz Äh, guck nach dem kurz So, die Lohnstange habe ich Äh, minus 34 und 22 Alter Weiß wo das ist? Nee Nö Wir laufen, aber, glaube ich Richtig, glaube ich Wir laufen richtig Minus 34 Es muss weniger werden Das heißt, wir müssen da hin Ja Waren hier nicht Blöcke, wo sind die denn? Da wir haben uns mal hochgesteckt für glowsform da hinten minus 34 warte von hier kamen wir vom netapotal alter pass auf nicht dass er schon hier ist ne mhm das ist gefährlich schon mal goldäpfel in die hand genommen ja auch minus 34 und 22 ja minus 34 müsste dann hier vorne sein ja da hoch müssen wir alter schoff der ist nicht hier das jetzt richtig scheiß aktion das gefährlich nämlich nacht ja hier ist es müsste sein kaum viele blöcke hier sind ja die haben wir jetzt wo habe ich angst alter ich hasse es hier so rüber zu laufen ja da vorne ja vor uns des portals sehe ich schon ok nehme schon mal essen in die hand crafte dir noch schnell deinen dia dein dia helm ok habe ich ok perfekt leute dann haben wir schon mal den dia helm das ist auf jeden fall richtig nice ja kannst du mir kurz den links äh schärfen 4 achso ja mach ich direkt power 4 warte hier drop schnell hab ich arm was kaputt weißt du ja gut er hat nicht mehr lange zeit wenn wir uns das behalten weil wir sind fünf Minuten später gekommen wie viel essen hast du noch wie brauchst du noch was oder was ich hab grad ich hab nur noch vier also ich hab nicht viel hier reicht das jo alter vater ansonsten gebe ich dir mehr oh er hat nicht mehr viel zeit okay ja gut leute das wird jetzt ein fight geben schnell durch geh schnell durch pass auf dass du uns nicht direkt da angreift ja so und okay ich bin nervös zusammen zusammen ja ok block sofort huu so jetzt wird's spannend leute denk ich mal da ist er da ist er da ist er jetzt wird direkt gefeiert er hat sich mit der enderpelle weggeworfen ja ich weiß soll ich hinwerfen warte hat sein wasser genommen der bogen müsste ihn richtig viel ziehen er hat auch verbrennung lol ein geppel esse ich mal damit ich jetzt mal drauf kann ins loch rein ins loch rein genau ich treff gar nicht ne ich auch nicht versuch ihn zu bow spam wenns geht ich kämpfe mit ihm nahkampf ja ich oh fuck ich hab dich geholfen ja ich weiß du hast mich schon wieder ah ne das bist du what the fuck alter lol bist du low oder was ich hab was low oh gott creeper hat mich fast gekillt oh gott lass ihn einfach spammen lass ihn einfach spammen der hat kein Schild mann der muss der muss bald down sein mal oh schaffst du's jo ich hab ihn richtig oft getroffen ich ich perr mich hin der müsste jetzt richtig slow sein drauf spammen perl dich hin wenns geht perl dich hin wenns geht versuch dich immer zu löschen wenns geht alter versuch dich immer zu löschen wenns geht alter der haut ab der haut ab der haut ab hab ihn nice oh mein gott oh alter nice oh gott alter leute endlich hab er war nen fight oh gott alter hololz hololz idiot holz so ok wir verlagern erstmal alles in die kiste würd ich sagen ja mach dir auch eine kiste hin alter wie geil ich hab gott ich hab Gott sei dank nicht so viele geppel gegessen weil ich wollte halt immer dran bleiben deswegen hab ich halt ein geppel gegessen mit dem low hat das nichts damit zu tun aber auf jeden fall gut gekämpft ich denke mal wird das Video sehen ähm finde ich gut dass du dich getraut hast und das nicht hinauszugierst wie manch andere Leute ja ähm ich geh noch so gut den stuff könnten wir nämlich wirklich wirklich gut gebrauchen er musste halt essen ich wusste es einfach deswegen habe ich schon schnell drauf gespammt so sollte alles in der kiste sein ne ja boah ist das viel gold also fällt schnell holz fang an holz zu fällen ist so tier wegen rüstung usw hat dann guck mal was wir da machen können ach warte mal ich hab noch seine wieviel was seine Brustfahrt hast du äh wir schauen was wir zusammen craften zusammen wir könnten ne protection 3 machen äh ich hab protection 3 protection 3 ich könnte protection 4 machen ja aber noch halt ich ja ok doch das wäre glaube ich besser oder nicht äh oder ja weil die rüstung zu damage ich weiß nicht ob das bringt die was auf deine drauf zu machen sonst hätte ich sie dir gegeben weißt du oder wir reparieren sie mit den dios ja oder so ähm ich nehme das wichtige zeugs mit aber wir vergraben die kiste wir behalten sie auf jeden fall würde ich dazu sagen die bücher können wir mitnehmen oder nicht den ambos auf jeden fall power 2 boom hat er nur gehabt ja warum ist die kiste jetzt immer noch offen er leckt nein achso du bist kurz gerade dran achso deswegen weiß ich wird die kiste dann vergraben bisschen zehn sekunden vorbei die zeit zehn sekunden vorbei machst du zu jo okay leute gg wir haben es rechtzeitig geschafft nice one haben wir endlich einen kill nochmal ähm gut jetzt haben wir auf jeden fall viel bessere chancen weil ich meine diese protection 2 rüstung wird uns auf jeden fall sehr viel bringen da wir uns dann zusammen craften können ja ich denke mal das wird dann die nix doch noch etwas spannender da wir jetzt besseren staff haben und das gold ist auf jeden fall auch die golderzahl ist wirklich sehr groß und jetzt hast du auch ein verbrennungsschwert oder hast du das oder ich hab's im inventar wahrscheinlich egal wir haben die kiste vergraben das können wir dann morgen nochmal nachschauen ich würde sagen das war auf jeden fall eine nice folge wenn es euch gefallen hat das merkt er und bis zum nächsten mal heute ciao bis